Und noch Turftiger und auch Wachmann muss noch den Startplatz beziehen. Und dann kümmert man sich jetzt auch intensiv um Dantes, den Favoriten dieser Prüfung aus dem Quartier von Andreas Wöhler. Der Ritt von Burschan Musabayev. Dantes ist hineingegangen. So, Turftiger ist Stadtler und die Boxen öffnen sich. Zum sechsten Rennen der Lager der Spons. Jofi hat 1600 Meter die Distanz in dieser Prüfung und die Führung hat Wachmann übernommen. Dantes an der Außenseite der Favorit, gleich prominent daneben. Dahinter sieht man dann außen Samani, Turftiger, drückt dann jetzt immens auf die Tube und löst gleich alle vorne ab. Turftiger also jetzt in den Auen, Quellerfarben, vorneweg, hat das Kommando übernommen. Das Heft in der Hand vor Wachmann. Dantes sieht man außen daneben, den Favoriten dieser Prüfung. Dahinter dann Samani mit Colorado Sun. Dann eine kleine Lücke bis zu Vicente. Und dahinter sieht man Ben Hör und Voodoo Speed am Ende des Feldes. So wird der Schlussbogen erreicht. Unter der Führung von Turftiger geht es auf den Scheitelpunkt zu. Dantes strebt jetzt in die zweite Position. Wachmann ist in den dichter auf drittes Pferd. Dahinter sieht man dann Colorado Sun mit Vicente. Dann lässt sich Samani anfassen und Ben Hör und Voodoo Speed, die müssen abreißen lassen. So geht es in Richtung des Einlaufs. Es sind noch etwa 700 Meter. Unter der Führung von Turftiger geht es jetzt gleich in die Gerade. Turftiger ist vorne, Turftiger mit dem Kommando. Dahinter dann Dantes und Wachmann gleich auf. Die beiden schreiten jetzt zu Tat und zu Angriff. Turftiger ist aber vorne. Dantes wird jetzt stärker. Turftiger ist jetzt auf die letzten 250 Meter mit Dantes. Dantes jetzt im Vorteil vor Turftiger. Dantes mit dem Vorteil. Turftiger wehrt sich, muss jetzt aber scheinbar abreißen lassen. Dahinter dann Dantes vorne. Da ging es ein bisschen kreuz und quer zu. Und Turftiger greift jetzt noch einmal an. Aber Dantes ist vorne. Dantes Turftiger streckt sich. Dantes aber auf den letzten Metern und Dantes gewinnt. Dantes gewinnt dahinter wahrscheinlich noch ganz knapp. Vicente ein super Schlüssakkord, das muss man sagen, vor Turftiger. Dann Wachmann und dann Colorado Sun mit Zamani. Und dann sah man Voodoo Speed mit Benöhr. Dantes beginnt ab, aber es wird ja über Lilie, glaube ich. Das Aldort Gün comforten die Welt. Die R Market ist Titel. Das ist Helftweg. Wachmann verbet's für die Windemahrerschaft. Da war es ... Und was wir schon oftmals über ... Nichts, sollten wir gut berend Sek Saya tun. Ich denke so viele, ich bin der Torfiger Reaktikich putz. Der vorläufige Einlauf im sechsten Rennen der Lager der Sports Choffie lautet 1, 5, 4, 2. Das sind die Pferde 1, Dantes, 5, Vicente, 4, Turftiger und 2, Wachmann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020